Oh, Hashtag. Okay. Was ist eigentlich diese Präsentation? Die ist übermorgen. Hä, und die Präsentation von diesem Handy? Oh, der uns am Anfang eingeladen hat. Nee, gerade nicht. Ich lerne. Okay, dann essen wir noch mal. Essen. So, essen was? Ich weiß, ich weiß, ich sehen. Eine Limonade. Machen wir Verdienstmöglichkeit. Ah, okay, das ist eine Verdienstmöglichkeit, okay. Prost fortsetzen. Hm. Jetzt würde mich immer interessieren, wie der Vlog überhaupt ankam. Ähm. So. Ich war okay, doch. Der kam jetzt nicht so gut an. Okay. Okay, machen wir keine Vlogs mehr. Komm. Wir warten jetzt noch, bis das voll ist. Wir haben jetzt fast die 50.000 erreicht. Ich glaube, dann wird es langsam Zeit. Zieh dich um. Was? Ey, wir haben doch noch gar nicht. Ja, okay, wir haben ja mein Computer. So, das ist jetzt gleich cool. Und jetzt cool. So. Videoarbeitung steigt total. Ist gut. Okay. Jetzt haben wir eine neue Karte gekriegt. Nyan Cat? Was? Das können wir aber nur machen, wenn das unser Nyan Cat Kind dabei ist. Wir ziehen uns nicht um. Die Gegend ist einfach so. 400 haben wir wieder. Wir müssen dringend noch ein neues Video aufnehmen. Das können wir ja direkt im Anschluss machen. Jetzt bin ich mal über die Präsentation bekannt. Äh, äh, äh. Gespannt. Nicht bekannt. Das sieht komisch aus. Willkommen auf der Präsentation von Bouncing Headgun. Aha, aha, mhm. Das ist dein Simulationsspiel und werde es auf der PC herausspringen. Die Presseversion, die du spielst, bekommt dein Video von gut. Das Gehen wird am 9. März. Den wieviel haben wir eigentlich? Äh, zum Preis von 49. Was? Ist ein bisschen sehr teuer, ne? Naja, aber wenn es eine gute Wertung hat, dann werden wir uns das holen. Und bringen, weil dann rentiert sich das ja mit dem Geld, was wir dadurch kriegen, ja wieder. Aha. Da haben wir jetzt einen Fall geschafft. So können wir hier, was haben wir hier auch wählen? Um einen Vlog aufnehmen, oder? Bist du nicht der von eben? Anihan, 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 Anihan. Kennen wir dich? Hanna, bist weiblich? Okay. Okay. Kennen wir dich? Leonel? Kennen wir dich? Tüson? Was? Lol. Der hat uns gerade das Spiel geschenkt. Ey, wie cool. Reden wir nochmal mit dem. Die ist ja cool. Redest du noch ein bisschen mit dem? Vielleicht kennt ihr uns noch mehr. Der hat auch so eine coole Jacke. Lalanus. Kennen wir den? Roy. Roy kennen wir nicht. Kennen wir dich? Jibun. Kennen wir dich? Wer bist du? Lucien. Ah, Lucien will ich kennenlernen. Ach so. Jared. Bist du nicht unser Mitarbeiter? Äh, allerdings aber uns. Ja. Ähm. Hier kommen. Redet dann auch mal mit Jared. Wir wollen ja gut Freunde bleiben. Können wir den flirten? Komm, wir flirten den mal. Nein, er ist nicht interessiert. Reden wir einfach nur mit dem. Und dann gehen wir hier zur Rutsche zurück. Ich glaube, das Spiel weiß nicht so ganz, was es will. Das glaube ich wirklich. Guck mal, dann redest du noch mal nach dem Date fragen. Reden. Lalanus. Sie sagen immer das gleiche. So, das ist jetzt wieder voll. Danach werden wir hier nochmal mit Alejandro reden. Ich glaube, wir nehmen dann noch einen Block auf. Und dann werden wir gehen. Dann gehen wir ganz bestimmt. Wir gehen einfach von Hot nach Hot, von Hot nach Hot, um mit den Leuten zu reden. Weißt du, kennen wir dich? Ne, kennen wir nicht. Ähm. Ich glaube, das glitscht ein bisschen. Das sollte, glaube ich, nicht so sein. Wer will sich denn schon so ein Video angucken? Das ist voll gruselig. Guckt euch das doch mal an. Wir sind in ihrem Kopf. Oh mein Gott. Was ist da los? Irgendwer unterhält sich in uns drin. Wie viele Punkte haben wir noch? Das sind noch zwei. Nehmen wir erstmal den hier. Da habe ich jetzt wieder nicht drauf geachtet. Verdammt. Reichen zwei. Ja, wir nehmen jetzt das da. Lala. Hier. Zack. Boom. Jetzt haben wir die alle recht hoch. Sehr gut. So. Jetzt gehst du bitte hier rüber. Und dann gehst du hier für die Pressposier. Bist du nicht der Luschen? 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 Zack. Oh. Ihr seht so cool. Oh. Was? Du bist noch nicht wirklich bekannt. Ach, halt die Klappe. So, jetzt gehen wir nach Hause. Wir haben uns das Spiel geschnackt. Uhuhu. Ah. So. Ist das jetzt das Spiel? Öffnen. Nein. So, das war jetzt glaube ich das Spiel. Wir werden erstmal den Vlog zu Ende bearbeiten. Keine Bewegungsausgabe. Okay. Und los. Ab damit. Das. Warte, wenn wir das jetzt die Kippsfeld. Die ist cool. Das neue. Besteste. Spiel. So. Wir hätten jetzt den Vlog vielleicht noch dahinter schreiben sollen. Aber away. Wenn das so weitergeht, haben wir gleich die 50k erreicht. Zack. 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 Ähm. Das kommt auf jeden Fall da hin. Aber das kriegen wir nicht mehr untergebracht, glaube ich. Doch. Haha. So. Äh, ich hatte die 50... Was? Uch. Die 50.000 Abonnenten erreicht. So langsam konnte man mich zu dem bekannten YouTuber erzählen. Doch mein Zimmer wurde viel zu klein für mich. Ich brauchte etwas Größeres. Einen größeren Ort, um noch viel mehr... Hup. Videos zu machen. Ich brauchte eine eigene Wohnung. 50%? Egal. Raus damit. Nicosoft. Nee. Nee, grad nicht. So. Ähm. Wo sind wir eigentlich gerade? Hallo? Wir werden jetzt, äh... Erstmal was essen. Hm. 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 Ein Sandwich. Und dann werden wir noch ein Gameplay aufnehmen. Und zwar von dem neuen Spiel, was wir gerade abgestubt haben. Da werden wir ein Review zu machen. Das kommt am 9. März, also heute raus. Hm. Der Computer arbeitet jetzt. Diese Scheiße. Ähm. Ja. Ah, die haben wir doch nicht. Egal. So können wir Spiele damit. Ähm. Oder wir kaufen gleich einfach die Konsole. Dies könnte ich hier auch machen. Sollen wir noch einen Kurs belegen? Unser Poster hängt da. Öffnen. Können wir noch einen Kurs belegen, glaube ich. Ähm. Jetzt können wir das, äh... Ausführen. Äh, wieso einkaufen? Egal. Einkaufen können wir auch mal eben. Und zwar... Kaufen wir jetzt einfach mal die Konsole, würde ich sagen. Wobei, die hat viel mehr... Ach komm. Kaufen wir die. Können wir vielleicht hinterher sogar wieder verkaufen. Okay. Und los. Hau das Video raus. Was? Nein, ich wollte das daneben nehmen. Mann. Ah. Das ist, weil man viel zu voreilig klickt. Verdammt, ich kacke. Komm, nimm jetzt das. Können wir das vielleicht nachher an den Anfang setzen. Ich werde ganz bestimmt kein gestohlenes Video verwenden. Ganz bestimmt nicht. So, zack. Und los. Rande an die Späck. Das Nummer eins. Das Nummer zwei. Dann kommt das. Dann das. Dann das. Und dann das. Ändert das was, wenn ich die Wände verschiebe? Das ändert nichts. Alles drauf da. Und gut ist. Und raus da rein. Hau raus, die Kacke. Willst du dich unterhalten? Ja, alle. Ja, ich würde mich gerne unterhalten, aber es geht nicht. Hä? Wo ist denn jetzt die kleine Konsole? Ach, die liegt da oben. Okay. Neue Aufgabe verfügbar. Oh, die haben wir erledigt. Und das haben wir erledigt. Okay. Ähm. Ja, wir können jetzt gerade so lange nichts tun. Dann geh mal sch... Schlafen. Hallo. Di, 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 di. So, und dann werden wir hier jetzt noch einen Kurs belegen. Und zwar... Drehbuch. Das ist richtig teuer. Fünf Tage. Einen Tag. Computerwissen. Ah, der geht ja vielleicht nicht nach so oft kaputt. Oder wir können den selbst reparieren oder so. Der ist auf jeden Fall cool, oder? Das werden wir machen. Oh, das kam nicht so, oder? Okay. Ach, das ist noch wegen der Nachbearbeitung. Denn es ist ja nicht so ganz so tragisch. Ich dachte, das wäre wegen dem Spiel. So, aber... Verkaufen? Nein. Wir werden jetzt ein neues Video machen. Was wollte der? Er wollte ein Gaming-Video. Ein Gameplay-Video. So. Wird getan. Studienkurs abbrechen. Und los. Eine Berufung. Eine fröhliche Äußerung. Nochmal eine fröhliche Äußerung. Und... Nochmal eine fröhliche Äußerung. Ich finde, es ist das Spiel ganz toll. Dieser Gesichtsausdruck ist echt kacke. Äh, wäre gut, als würde sie kacken. So. Was macht er schon wieder in meinem PC? Was macht er da immer? Hat er keinen eigenen? So. Und zack. Nachbearbeiten. Hinten. Bup. Dup. Bup. Ähm. Zack. 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 Boah. Ich bin gut. Bäm. Äh, ist nicht so gut, aber ich kriege Geld für. Das kann ich die anderen, die ich da habe, auch mal machen. Das ist... Hoffentlich ist das jetzt auch das Richtige. Teenage... Ja. So. Jetzt beendest du deinen Kurs. Und deiner wird weit gefriesen. Na komm, gehen wir in die Richtung. So. Essen. Das kam mir jetzt nicht so gut an. Äh, äh. Können wir aber dann ein Gameplay von machen. Spiel wählen. Äh. Nein. Äh, das ist immer noch nicht so prächtig. Wenn ja trotzdem ein Gameplay zu machen. Vielleicht steigt das dann ja im Interesse. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Komm jetzt... Mach hin, du! Super. Wir kriegen wieder Geld. Für diesen Auftrag. Wir haben hier eine neue Karte. Ein wütender Kommentar. So, bist du jetzt langsam mal fertig. So. Computerwissen. Da steigt nichts durch. Aber Computerwissen. Ist wichtig. So. Fachlicher Kommentar. Jetzt isst du was. Und zwar ein Hotdog. Und vielleicht solltest du da noch eben schlafen. Erstmal schlafen. Hallo? Das Video ist pausiert. Du sollst schlafen. So. Geh schlafen. Dieses Videospiel hat manchmal so ein paar Bugs, ne? Ah, nein. Aber nur ein paar. So, jetzt kannst du das Video zu Ende aufnehmen. Das Spiel, was wir uns da... Ähm... Stipitzt haben. So, und dieses und dort. Und... Ähm... Was ist jetzt? Mist. Ähm... Jenes dort. Und dann klatschen wir noch... Äh... Ditte drauf. Wieso kriegen wir eigentlich nicht passen? Weil das ist echt Mist. Und dann nehmen wir das da. Und das da. Und dies hier. Und dann sind wir durch. Dann laden wir auch dies hoch. Zack. Und... Zack. Und zack. Und dann müssen wir leider hier schon den Anschluss dran setzen. Und... Ja. Shit. Die ist doof. Wir könnten natürlich auch... So machen. Und... So machen. Und es wird ja nichts ändern. Lassen das hier einfach raus. Oder bringt das was? Nein. Dann... Dann... Machen wir das so. Okay. Nächstes Video. Interesse ist immer noch nicht so hoch. Aber ich habe die Hoffnung, dass sie durch dieses Video steigt. Ähm... So wie bei... Ich weiß nicht, bei welches Spiel das war. Wodurch unsere Gameplays... Das Interesse an dem Spiel gewachsen ist. Wodurch wir hinterher natürlich dann bessere Videos machen konnten dadurch. So. Das lädt hoch. Dann werden wir hier noch was snacken. Und dann würde ich sagen, beende ich die erste Session. Ich habe jetzt über eine Stunde aufgenommen. Tammy hat Hunger. Tammy müde. Tammy äh... 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 Ich würde sagen, dann beenden wir jetzt, während sie ihre Limonade suppelt, diese Session. Ihr könnt mir natürlich in den Kommentaren Tipps, Tricks und weiteres da lassen. Und... Ja. Äh... Bis zum nächsten Mal. Tschüss.